Ja, willkommen zurück auf der ProWein 2017. Ich bin bei Liebl am Stand angekommen und wer sind Sie? Mein Name ist Gerhard Liebl, ich bin jetzt hier Geschäftsführer und Brennmeister und immer zuständig für die Produktion jetzt hier unserer Edelbrände, Gin, Whisky und Rumsorten, die wir seit vielen Jahren im Bayerischen Wald herstellen. Ah, perfekt. Ich habe auch schon gesehen, ich meine, allein das Rondell hier macht schon viel her. Die ganze Reihe da hinten, Whiskys in ganz vielen verschiedenen Fasslagerungen. Sie haben ja wirklich eine große Produktpalette. Was zeichnet Sie aus? Also zum einen sind wir natürlich eine Destillerie, die sehr experimentierfreudig ist und speziell auch vom Portfolio jetzt nicht nur die Brände herstellt, die man halt dann von klassischen Obstbrennereien kennt, Apfelbeeren, Zwitschger, Kirsche, sondern darüber hinaus ein sehr, sehr breites Portfolio auch an ausgefallenen Raditäten, Vogelbeere, Weißdorn, Mahonie. Verschiedene Obstbrennereien, auch immer Holzfass gelagert, Kastanie, Kirschholzfass. Genauso produzieren wir jetzt seit über elf Jahren bald unseren Bayerischen Single Malt. Whisky, also beste bayerische Braugerste, die man eben nach klassischem Rau- und Feinbrandbrennverfahren jetzt hier zu Newmake-Distillern und eine Lagerung. Wir verwenden sehr, sehr viele verschiedene Holzfassarten, klassisch Port, Sherry, aber auch Bordeaux, die Weißeiche, jeweilige Whiskyfässer zum Beispiel genauso, wie eben auch Rotweinfässer oder auch mal ein schönes Sorterenfass. Ja, das klingt ja schon mal sehr interessant. Ich denke, auch diese Ausgießer machen auch schon mal extrem viel her. Das sind wahrscheinlich auch ihre eigenen, ne? Ja, die Ausgießer natürlich zum einen einmal von der optischen Seite schauen die sehr, sehr schick aus. Zum zweiten ist er natürlich aber auch einmal für den Gastronom natürlich einmal von Vorteil, weil er natürlich auch am Tisch jetzt auch schön einschenken kann. Sondern jetzt hier mit dieser kleinen Kugel, wenn man jetzt dann die jetzt hier voll macht, hat man jetzt in dem Fall mal zum Verkosten genau 0,01. Natürlich gibt es für den Gastronom auch die doppelte Größe, damit man genau ein Gläschen einschenkt. Man kann es am Tisch machen, schaut einfach edel aus und denke ich, macht auch Appetit. Perfekt. Was können Sie empfehlen von den Brennen hier, die Sie hier haben? Wir haben natürlich jetzt... Wahrscheinlich alles. Ja, wir haben natürlich eine sehr breite Palette, eben auch mit einer sehr, sehr hohen Qualität durch die Palette. Wir haben natürlich auch mal so die klassische Williams-Birne, aber mal auch einen schönen Wildkirschbrand zum Beispiel. Ja. Eben eine wunderschöne Frucht, leichte Marzipanige Aromen. Ich würde einmal sagen, den inkredenz ich Ihnen einfach einmal. Sehr gerne, sehr gerne. Und wir sind ja auch mal unsere Obstbrände jetzt hier mal kennenlernen. Genau, das ist einmal... Perfekt. Ah ja, die leichte Marzipanenrote riecht man schon raus? Ja, also es ist ja auch ganz intensiv und auch ganz typisch eben für einen wunderschönen Wildkirschbrand, eben diese schöne fleischige Frucht. Und die Wildkirsche hat ja einen sehr, sehr hohen Steinanteil. 50 Prozent der Frucht gibt der Stein und von daher natürlich auch dann in den Destillaten dieser Marzipan-Ton natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil. Ja. Wobei wir jetzt diese Brände jetzt hier auch komplett ohne Stein vergären und ohne Stein auch destillieren, damit eben auch das eine Harmonie jetzt hier gibt und jetzt nicht der Marzipan-Ton letztendlich diese feinen, schönen, fleischigen Aromen jetzt überdeckt und dementsprechend in den Hintergrund drängt. Ja. Ja, perfekt. Also schmeckt mir schon mal sehr gut. Sie haben gesagt, Sie haben noch Whisky, Sie haben Gin, glaube ich. Sie haben diese verschiedenen Obstbrände, Edelbrände. Der Gin ist vielleicht ganz interessant. Also der Gin natürlich, den wir jetzt auch seit einigen Jahren im Portfolio mit dabei haben und Gin zählt ja jetzt nicht umsonst jetzt auch zu den angesagtesten Spiritosen jetzt hier nicht nur in der Barwelt. Wir sehen auch immer, dass unsere klassischen Edelbrandkunden natürlich jetzt auch wieder Gin neu für sich entdecken. Zuerst einfach erst einmal eine Hemmschwelle finden, weil sie sagen jetzt Gin, so wie wir es kennen, die klassischen Gins, die sind sehr, sehr kräuterlastig und eigentlich eher so würzig. Gut, diese Gins früher sind ja nicht gemacht worden, um jetzt hier ein Destillat zu trinken, ähnlich wie im Williams-Bürnenbrand. Nee, das stimmt. Sind ja eigentlich eher für den Barbereich zu mischen, Gin Tonic, Cocktails. Genau. Was wir eigentlich für unseren Gin in Anspruch nehmen, dass wir gesagt haben, es soll ein Gin sein, den man auch jetzt genauso wie einen schönen Edelbrand am Abend in einem schönen Kelch auch wunderschön genießen kann, der Spaß macht, der eine wunderschöne Wacholder-Note hat. Darüber hinaus natürlich aber auch die typischen Botanicals jetzt hier dann sehr, sehr harmonisch wiedergeben, wie Lavendel, wie Koriander zum Beispiel. Wir haben einige Früchte aus unserer Heimat, wie die Preiselberi, wie die Schlee. Aber auch was die Kunden auch sehr, sehr gerne in unseren Gin finden, sind auch so diese schönen feinen Zitrusnoten. Das heißt, wir verarbeiten da frische biologische Zitronen und biologische Blutranschen, die wir jetzt immer ganz frisch zum Beispiel jetzt hier aus Sizilien jetzt von unseren Bio-Obstbauern bekommen haben. Ja, und wenn Sie jetzt mal diesen Gin verkosten, dann werden Sie feststellen, eben dann natürlich von der Kopfnote, eben neben dann dieser schönen Wacholder-Aromatik, eben auch dann diese Zitrus eben dann wunderschön jetzt vordergründig liegt und dementsprechend auch einlädt, am Abend auch einmal einen Gin, vielleicht einmal einen guten Glas Whisky vorzuziehen. Ja, der ist sehr, sehr ausgewogen, also den kann man sehr gut pur trinken, denke ich auch. Ja, sehr lecker. Ja, und ich würde sagen, das war es jetzt auch erstmal, oder haben Sie noch was, was Sie loswerden wollen? Gut, also wie gesagt, Sie können ja bei uns natürlich auch mal, was man eher mit der Karibik in Verbindung bringt, auch mal in den schönen bayerischen Rum. Ja, wir produzieren seit über fast vier Jahren, bitte auf dem Glas, mach es. Das ist jetzt hier unser bayerischer Rum, wobei wir rohstofftechnisch jetzt hier wieder darum dann auf Amerika zurückgreifen und jetzt dementsprechend aus Paraguay jetzt hier die Melasse beziehen. Ja. Das ist jetzt biologische Zuckerer-Melasse, die bekommen wir eben in großen Behältern. Werden auch bei uns klassisch natürlich jetzt dann vergoren und auch dementsprechend dann doppelt destilliert. Und die Lagerung dieses Rums erfolgt zum einen auf ehemalige Cognac-Fester, die wir wiederum von unserem Partner Pierre Ferrat aus Frankreich beziehen. Zum zweiten aber auch auf wunderschöne Ruby-Portfester, die dementsprechend auch diese wunderschöne weinige Charaktere jetzt hier im Rum jetzt dann bringen. Und wenn Sie reinrechen, natürlich ein schönes Potpourri aus den typischen Aromen vom Rum, Kokos, Ananas, Banane, aber auch eine wunderschöne Vanillenote, eben durch die Holzfester, die wir dann dementsprechend benutzen. Ein fast vierjähriger Rum, aber eben auch wunderschön rund, saftig und ausgewogen in der Aromatik. Oh, der ist auch sehr, sehr gut. Also da kann man schon sagen, ich denke mal, Portfolios sind sehr breit aufgestellt. Und durchaus interessante Produkte dabei. Finde ich wirklich interessant. Also da sollte man genauer drauf gucken, was hier alles so an diesem Stand zu finden ist. Und ich denke, ja, informiert euch weiter, was es hier alles so gibt. Und klasse. Also mir gefallen bislang alle Sachen, die ich hier getrunken habe, waren sehr gut. Muss ich mal einmal so durch die Bank einfach... Exakt. Auch Ihre Hörer und Ihre Kunden sind natürlich auch immer bei uns am Stand. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Sehr schön. Dankeschön. Dankeschön für den nächsten Besuch. Ja, danke.